moin moin hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge let's play goldwash begeben ja wir müssen jetzt aussteigen und dürfen jetzt elbrecher bewegen ok ich lass mal laufen jetzt das video das vier meter stahl soll findet aber warum da rein jetzt wieder na egal die videos bringen uns echt nichts zum förderband richter ja da muss ich nämlich hin und jeder muss sich rückwärts rande oder leck mich doch alle am pinnüppel ja nimm die lampe mit macht die lampe platt nehmen ich wollte mal hier anlauf nehmen steuerung bremse ist da r und f auch die hohen oder alles klar wieso ist das alles einfacher als der scheiß bagger wieso kann ich mit allen fahren nur nicht mit dem weil da sind auch überall löcher als ob wir den sand hier hingefahren hätten das sind mir doch keine wurst jetzt können wir aussteigen dann jetzt ja hab ich da was überfahren Oh nein, das geht ja wirklich kaputt Fuck Röffel, schalte die große Pumpe aus Jawohl, Sir Was für riesige Maschinen wir haben Das ist die große Pumpe Ich denke mal, ich schalte alles aus, ne? So So Das Einzige, was jetzt nur noch an ist, ist Licht, oder? Nee? Okay Welche soll ich denn entfernen? Die hier? Nein Ah, hier unten die Die hier Wieso kommt da denn jedes Mal sowas? Da kann ich doch nichts mit anfangen Wo soll ich die jetzt hinpacken? Ah, toll Ja, schmeiß ich mal alle auf einen Haufen, ne? Also Hä? Oh, da läuft ja noch Das Ding läuft ja auch noch Oh, da läuft ja auch noch Zeig mir nicht immer sowas Das bringt mir jetzt gerade gar nichts Ja Die Gitter fallen alle auf einen Haufen Das sollte wohl so sein Ah, hier komme ich nicht hoch So So Scheiße, wo soll ich die denn jetzt hinpacken? In den Truck, oder ne? Ich schummel mal eben den Truck her So Oh, der Scheiße Aber krass, dass hier auch Sachen kaputt gehen Dann habe ich jetzt schon wieder umge... Oh, ich habe da noch einen platt gefahren Scheißen Dreck, ey Ich glaube, ich habe da noch einen Pulver Und da noch nie Also ich kann jetzt hier auch noch weh Dogger Ich kann jetzt mal hier auf und verabschrauben Packt man die eigentlich alle in mehreren Eimern? Naja, egal. Haben wir ja keiner. Weil wir so eine Flachpfeifen sind. Verlieren wir lieber... BAAA! Mit einer Matte, der Rest ist mir doch egal. Ich schmeiß die da alle so rein. Dann verliegt hier vorne noch ein bisschen Gold und hier. Das sind aber ganz schön viele Matten, du. Und die erinnern mich eher an Filtermatten fürs Aquarium. Muss ich ja mal so sagen. Was soll ich dann alles alleine machen? Boah, das wird ja eine Lebensaufgabe, hier 10 Kilo Gold zu finden. Wenn der Zwischenzeit jage ich vorher, glaube ich, alles in die Luft. Ja, entferne die Schürfmatten. Keiner sagt, wo sie hingemacht werden sollen. Also hau ich sie direkt in den rein. Als ob ich die da alle einzeln jetzt durch die halbe Geschichte der Welt trage. Nö, 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 nö. Ich hau die erstmal alle da rein. Von hier kann ich die immer noch nehmen. Und nach Kambodscha bringen. So habe ich die erstmal alle auf einem Fleck. Boah, alter! Und das Auto geworfen. Scheiße, da war bestimmt eine Menge Gold drin. Nein! Oh, nee. Kann ich mich auch bocken. 100 Millionen weiter weg, ey. Einmal kurz aufs Gaspedal. Schon ist alles vorbei. Boah, ich habe den schon wieder einen platt gefahren. Ne, ey, das ist doch... Sauerei ist das. Ich brauche, wie ich... Bei mir wird es so sein, ich werde mehr Benzin kaufen müssen, gefühlt, als alles andere, weil ich für alles so scheißen lange brauche. Und, weil ich nicht das Gefühl habe, dass sich das sie ändern wird. Hä? Ja, hab ich. Ich brauche. Oh, nee. Also, ichidi es perigte. Oh, nee. Oh, nee. Ich lass mich auf die Seite. Oh, nee. Ich mach dir das. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ich stecke die Matten in den Goldnugget. Ah, okay. Immerhin kann ich da direkt mehrere reinpacken. Und nach dem ersten Bedienen weiß ich wenigstens auch, wo die Matten hingehören. Ah ja, ein paar passen da ja immerhin rein. Das ist ja schon mal... Gut. Ah, da muss eine kleine hin, ne? Ja, hab ich mir gedacht. So eine halbe Sam. Ja, hab ich. Okay. Können wir da noch mehr reinstecken? Nein. Okay. 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 Also Hab ich Ey sag mal Die Matten sind drin Ja ich löse den Riemen Äh geht ne Ja ich löse den Riemen Wo kommt denn das Wasser her Von der Pumpe hier Von der Pumpe hier Von der Pumpe hier Untertitelung des ZDF, 2020 Aha! Verstehe ich, wo muss er denn die ganze Zeit mit der Hand draufdrücken? Hier und da läuft überall Wadder. Stromanschluss hat er auch. Ja, dass oben was läuft, ist ein bisschen behindert. Aber da kann ich ja jetzt auch nix so machen. Das ist für die Maschine oben. So. 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 So.